was er leute willkommen bei roblox heute spielen wir teil 16 und ja und zwar arbeite der pizzeria ich freue mich sehr dass eingeschaltet habt vergisst nicht den anderen kann verpasst ihr keine videos mehr von mir ich brauche noch 20.000 also noch zwei abonnenten und so also ich brauche mehr verstärkung das ist die arbeit in der pizzeria ich beginne zu hause ich hab da auch ein haus das hier ist so gut also ich hab jetzt geld bekommen für das bereite ok leute also ich dachte ja also auf jeden fall da drinnen sieht es sehr gut aus eigene getränkautomat es reicht immer nur werbung das heißt nur freunde und oder das heißt nur besitzer da habe ich kamin da ist der wohnzimmer esszimmer da ist mein like button und ja das ist mein zimmer das ist für meine freundin ich habe eine freundin da die heißt saskia saskia ich wünsche dich und den rest grüße ich auch wenn sie mir ein abo da lassen da dachte ich bin mache ich ein spareszimmer das ist ein bisschen schuldig hier schauen wir jetzt noch das druck wir werden hier schon wieder raus Cruise os so ein bisschen Trapp bei Cedira je dann auch nie kap das ist ein zimmer von meiner Tochter die blie ich ihn voll aber dreh ich damit rüsse ich auch und damit noch ein zimmer gebraucht Und ja, dann ist alles die Kleidung. Ich bin echt, ja, weil ich hab früher bei der Polizei gearbeitet. Okay, das sieht jetzt auch so scheiße aus. Dann geh ich bei der Arbeit gehen. Hosen. Das da. Da noch ein Tier. Das sind halt diese ganzen Sachen. Schaut. Und ich bin immer ein Kopfhörer groß. Vielleicht sagen, warum ich immer Kopfhörer trage, weil ich spiele die nicht voll, oder? Aber Leute, ich bin immer die Spiele. Hier haben wir Arbeit. Wo ist deine Arbeit? Das ist ein wahres Lauf. Ja, Leute, da muss man so zu Fuß und kann nichts sein. Kann man jetzt auch nicht passen. Also ich wurde bis hier, kommt bis hier vorbei, wäre es in Romita. Es scheint völlig tief. Aber da, ja, wie ist das? Ich bin immer da. Das ist ja eigentlich auch hier. Wie ist das? Also das ist ja eigentliche halt. Okay. Ein Tadier. Ich brauche sowas nicht, mein Tadier. So, ein Haustier. Ratet mal, wieviel es ein Haustier ist. Mein Scheiß kostet 7.000 Euro. Ich muss nicht nur 7.000 Euro darüber sparen, für ein Haustier. Dann muss ich ja, wenn ich ein Haustier will, bin ich echt alt. Und ich hab schon ein bisschen viel, also bräuch ich leider auf keinen Zweifel. Das hat mir dort so schlappig eingeparkt. Ja, die Leute da, die im Spiel drin, die können heutzutage auch echt nicht party. So, da kommen halt die Sachen ausliefern. Ich bin ausliefert. Wenn ihr dieses Spiel zum ersten Mal spielt, dann verdient ihr 500 Euro. Und ja, ich will dann mal Naga. So, und Danny ist da noch immer Naga. So, mal schauen, wer mich... Oh, Leute, seht ihr die beiden? Die können ja so gut zusammenpassen. So, gib mir ein bisschen Buddy. Dankeschön. Ja, du hast jetzt auch eins genommen. Ey! Was stoppt sich mit diesem kacken Milchchen? Cool! So, wir werden bis 14 Uhr drehen. Oder bis 14 Uhr. Und so. Weil ich möchte mit euch auch ein Teil 17 drehen. Da unten steht halt, wie viel man da verdienen. Also bei dir wird sich dann fein. Schau, da kann ich noch. Ja! So, ich weiß es nur nicht, wie viel Lea ist leider. Es gibt die 4. Das sind die 3. Nach 4. 4. 3. 2. 3. Der hat verlassen Du weißt doch, keine Ahnung, weil da bist du ja auch so gut Mein Haus sitzt ja auch da oben, so ist es halt wie viel da man verdient Hättet ihr, ich brauchst du Haustier oder Haus? Ich will lieber Haus haben und dann hab ich das ganz platt Die fehlt aber noch ein bisschen viel Also da noch ein bisschen viel Und dann hab ich jetzt schon Vor zwei Jahren hab ich das fertig So, jetzt ist es halt gelohnt So, warte Da wird es auch viel rein Leute, mir fehlen noch 10.000 10.000 Kürze Das heißt, ich werde bis zu 10.000 sparen Motorrad kostet genug So, wir machen hier immer ständig Arbeit und so Aber das Problem ist, ich darf nicht in das Haus Und was passiert? Da bin ich mal nager Kannst du deine Arbeit machen, Kollege? Kein genug für dich Leider kein genug Habe ich da rausgesprungen? Oh, alle Ehrenbahnen Oh, alle Ehrenbahnen Sollen wir den Budus geben? Nein Nein Das braucht doch den nicht Das verdiene ich 30 So, ich würde sagen Der bekommt Budus, weil er So, jetzt geh ich noch schnell das abliefern So, jetzt geht's So, jetzt geht's So, jetzt geht's So, jetzt geht's Ich hab's So, jetzt geht's So, jetzt geht's Und, das war ich so süchtig in diesem Spiel johanna montana kappa bei so leute jetzt ich hab doch gesagt, dass das nicht von mir ist Oh, der hat eine Glatze. So Leute, werdet ihr da schon mal spielen? Ich weiß, die hat man gar nicht mehr. Aber bei mir hat man ein Update installiert. Es gibt hier keine Gas. Die hat eine Glatze. Die sind noch nicht freigeschaltet. Die kann man mit Robachs freischalten. Aber ich habe keine Robachs. Sitz hier. Tanz. Tanz 2. Und Tanz 3. Sitz hier. Und hier. Und hier. Und hier. Und hier. Und hier. Und hier. Das hat die schon. Und schrecklich. Wow. Das ist so, oh mein Gott. Und so. Das ist, keine Ahnung. Also ihr kennt es auf jeden Fall. Ich zeige es trotzdem. Pfff. 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 Das kann man nicht. Das wird damit zu schön, dass alle in diesem Teil nicht packt. Okay, also ich hoffe, ich habe das Video gesagt, dass es hier ist. Ich glaube, das ist ein sehr wichtiges Thema. Also wir, Ohna, wir werden die Fakten nicht mehr verpackt. Das haben wir hier. Ich halte es denn eine Fakten hier ein. Und alle Teil 17 seid. Und ja, ich glaube, ich gucke die Lüge, das ist sehr wichtig. Und dann wieder. Ciao!